Mindestens zehn Tote bei Waldbränden im Norden Kaliforniens. Laut US-Behörden werden mehr als 100 Menschen vermisst. Etwa 20.000 Anwohner mussten ihre Häuser verlassen. Zahlreiche Gebäude wurden zerstört. Der Gouverneur des US-Westküstenstaates rief für mehrere Bezirke den Notstand aus. 69. Frankfurter Buchmesse. Gastland ist Frankreich. Daher wird die Messe am Nachmittag von Kanzlerin Merkel und dem französischen Präsidenten Macron eröffnet. Mit mehr als 7.000 Ausstellern aus rund 100 Ländern ist sie der weltweit größte Branchentreff. Das Wetter. In der Nacht und Morgen oft Wolkenverhangen, nur selten Sonne und vor allem im Norden Regen. Im Süden nach Nebel zeitweise freundlich. Höchstwerte 14 bis 21 Grad.